Ich bin hier unten. Öffnet mir das Tor. Verflickst du mal, ich bin hier unten. Ich bin im Kerker gefangen. Ich hab hier rausgehen. So, jetzt würdest du kurz in Moll übergehen. Jetzt ist der positive Teil. Er hat sich befreien können. Und stellt euch vor, er rennt über den Blumwiese. Des Waldes zünftge holtge Frau Hat mir einst in die Zehle, hat mir die Zehle geklaut. Oh, holte meid, willst du Streit? Oder empfindest du eher Heiterkeit? Oder nicht, sagst mir inski, Seh ich, du älnte Dreckzau.